Ja, am Montag gibt es noch ein bisschen was Überraschendes beim Wetter. Ja, wir haben eine Schauerlinie oder mehrere hier im Norden und auch eine Kaltfront hier im Süden. Das hame Wetter im Süden geht also vorbei. Gleichzeitig ist es so, dass es im Norden ziemlich windig ist. Da gibt es auch mal die ein oder andere Sturmböe, wie wir hier sehen, insbesondere in Verbindung mit Schauern. Das ist hier so zu sehen. Also bis 80 kmh kann der Wind schon mal schnell werden. Aber bei so ein bisschen Winter erwarte ich ehrlicherweise keine Schäden. So, was ist dann das Besondere? Okay, der Wind hält bis zum Abend an und flaut auch ab. Aber was ist jetzt das Besondere? Das Besondere ist eigentlich die polare Kaltluft, die gleichzeitig einfließt. Also sommerliche polare Kaltluft. Es gibt jetzt keinen Wintereinbruch, aber wenn wir auf die Temperaturen schauen, hui, die gehen noch ganz schön runter. In den Großstädten sehen wir das gar nicht so richtig. Da sind die Werte so um 10 Grad mal unter 10 mal über. Aber wenn wir genauer hinschauen auf die kleineren Städte, dann sehen wir plötzlich Werte von, ja, huch, 6 Grad in Suhl, 6 Grad in Pirmasens, 5 Grad in Albstadt. Und das geht runter auf bis zu 4 Grad. Also es kann lokal runtergehen auf 4 Grad in der kommenden Nacht. Das mitten im Juli. Also das könnte die kühlste Nacht im Juli werden. Insbesondere hier in Franken und in Thüringen und dann auch in Westdeutschland. Da wird es ziemlich kühl werden. Nach Norden hin gar nicht so, aber eher im Süden. So, also es könnte die kühlste Nacht im Juli werden. Warum könnte? Naja, es könnte noch eine kühlere Nacht kommen. Auch schon in dieser Woche. Also erstmal ist es so, von Mittwoch an steigen die Temperaturen noch deutlich an. Im Norden merkt man nicht so wahnsinnig viel davon, aber es wird auch ein bisschen besser, auch von den Tiefstwerten. So, dann kommt der Freitag und dann stürzen die Temperaturen diese Woche nochmal ab. Also das kommende Wochenende wird eher kühl. Und da könnte es auch sein, dass es in der Nacht auch nochmal so um die 4 Grad kühl wird. Wird sich zeigen, welches die kühlste Nacht sein wird. Und auf jeden Fall wird es so sein, dass nach dem kommenden Wochenende der Sommer dann wohl doch endlich etwas beständiger zu uns kommt. Und die kühlen Nächte im Juli dann wohl Geschichte sind. Die besten Feiersagen für ihren Ort finden Sie auf www.weiter.de.